tachchen lieben oder gute nachtchen herzlich willkommen und für die normal sprechenden leute herzlich willkommen zu eurer botschaft die jetzt am wochenende einfach allgemein gelegt wird und ihr könnt sie dann ummünzen habt ihr da lust oder ist es noch dein gegenüber und wenn nicht dann ist es vielleicht so eine art mit wem habt ihr noch zu tun auf was müsstet ihr so ein bisschen aufpassen die will ich gar nicht nehmen ich habe die falschen in der hand und wir starten verliert den verstand bitte nicht durch die karten sondern gewinnt bestenfalls nur an euren eigenen impulsen egal was ich heraus sende wenn ihr das nicht fühlt und etwas nicht versteht dann auch nicht so für euch passend machen ja dann wenn das nicht sofort hundertprozentig in den kopf in den geist übergeht oder ins gefühl abschalten ja wichtig ist dass es für dich passt dass du hier sachen verstehst unbekanntes unverständnisvolles unverständnisvolles unverständliches einfach draußen lassen so bei dir kommen hier zyklen ins spiel und auch wieder der zyklus wir haben es jetzt geschafft für dich selbst du bist hier nicht für gewisse dinge nur brauchbar sondern du möchtest schon über deine grenzen hinaus ja der zyklus des sellouts ist zu ende ja du hast dich hier bewegt du hast dich hier erkannt du brauchst es wahrscheinlich auch die phase um dich zu erkennen um gewisse prozesse durchzumachen hast du hier in deinem zyklus der jetzt bevorsteht erkannt weder wird sich in anführungsstrichen verkauft für menschen du gehst auch nicht über deine grenzen hinaus ja wo du gar nichts mehr von hast sondern du schmeißt jetzt ja alles um die prinzipien über bord werfen ja das ist jetzt nicht mehr das mit dem du leben möchtest du veränderst dich hier in einem gefühl in der entwicklung merkst du das vielleicht auch in deinem mindset hat sich vielleicht auch einiges gelöst dass du hier sagen kannst das alte was du gelebt hast ist für dich im neuen zyklus nicht mehr brauchbar ja was ja auch schön ist und eine gute erkenntnis wir gehen mal rein mit den universum karten wir haben auch hier wieder expansion die erweiterung ja und das ist es einfach dieser zyklus in dir oder auch die erkenntnis alles über alle über alle prinzipien über bord zu werfen ist für dich die erweiterung die du hier annimmst und die du auch merkst die du erkannt hast vielleicht gibt es tage oder auch jetzt schon fühlst du es einfach leichter dich von dingen zu entfernen und auch nicht mehr so dran zu klemmen wie es mal war ja dass du dich besser und einfacher loslösen kannst dass du ja andere prioritäten hier gesetzt hast in einem bestimmten bereich und diesen zyklus merkst du den nimmst du gerne an die fällt es dir irgendwo leichter andere sachen anzunehmen und die alten verhaltensmuster die vielleicht wirklich sehr stark verpackt waren an denen du fast geklebt hast über bord zu werfen weil du hier über längere sicht oder über deine lebensphase gemerkt hast das ist es vielleicht auch gar nicht ja was du die ganze zeit gelebt hast so muss es auch gar nicht sein so deine regel war vielleicht auch ganz falsch nach einer regel zu leben ja regeln gesetze die du dir selbst gestellt hast und jetzt wird es hier einfach umgeschrieben dein platz dein leben dein zyklus deine phase wird hier umgeschrieben in ganz andere prinzipien die du hier kennengelernt hast und für dich am wichtigsten findest mit denen du vorwärts kommst ja also hier passiert wirklich so ein abklatsch von altes darf dort bleiben wo es her kam das alte war aber auch wichtig um hier in diesen zyklus rein zu kommen und zu merken was hier mit dir passiert ist ja in dieser weiterentwicklung transformation ablöse ablöse ist auch ein schönes wort du hast hier mit sachen die für dich damals oder davor priorität hatten abgeschlossen es gibt andere dinge du hast es alles verstellt ja von unten nach oben sortiert dafür braucht es du giftige oder toxische lebenssituation schwierige zeiten du konntest hier durch diese schwierigkeit sortieren aussortieren umstellen und bist du eben auch bewusst ja dass hier mit der expansion 16 haben wir den sieben haben wir den sieben haben wir den wagen mit der sieben neuer weg kommt ja ein weg den du für dich selbst ausgesucht hast auch wenn er durch andere verursacht wurde in anführungsstrichen hast du den weg dir selbst ausgesucht wo du jetzt drin bist educate your mind and senses also bilde dir selbst deine eigene meinung ja bilde dir selbst dein geist du hast selbst deine eigenen sinne es geht jetzt nicht mehr darum wie jemand denkt damit du reinpasst und auch andersrum es geht auch nicht darum dass du fühlst wie andere fühlen sondern es muss passend sein wenn du so fühlst dann fühlen andere menschen die zu dir gehören schon fast dasselbe ja in der einheit es ist eine erweiterung die du hier erkennst und die du gerne annimmst die für dich auch am gesündesten glaube ich ist abschließen einen kreis beenden einen neuen zyklus eröffnen und die alten prinzipien über bord werfen alte prinzipien auch machte hier nicht so viel in kopf was andere darüber denken könnten ja wie es für andere wirkt wie es für andere aussieht aussieht ist völlig egal die die sich mit deinem problem sehr stark beschäftigen und jedes mal bei dir rein wollen und dich angreifen wollen die haben selbst eine dunkle hütte ja weil die sind die also wirklich die können im wahrsten sinne des wortes ja überhaupt nicht glücklich sein wenn sie in deinem leben immer rumfrischen müssen ja weil wenn du glücklich bist als mensch dann kümmerst du dich und saugst deine glückenergie auf niemand geht freiwillig dahin wo es pech gibt oder unglück natürlich können sensationsgeile menschen sein aber die stecken voller schatten ja also wenn du so eine menschen einfach immer wieder an ziehst dann switche und das ist keine ein bildung switche sofort um dass du etwas hast was die menschen in dem moment brauchen und das meistens auch nur phasenweise bis sie dann nächsten menschen aussaugen oder benutzen ja weil sie sich nicht in ihrem kreis bewegen was wollte ich sagen weil sie sich in ihrem kreis nicht bewegen ja weil sie in ihrem zyklus einfach nicht drin bleiben ja sie wollen sich bei dir bereichern sie bedienen sich bei dir es können liebe freundschaft familie einfach auch fremde menschen reinkommen die dich ansprechen und wollen dich immer wieder auffordern mensch sei doch mit mir befreundet oder lass uns doch öfter sehen lass uns doch wie auch immer ja du musst aufpassen was warum wird eine kommunikation gestartet was möchte man von dir und wenn du merkst dieser mensch gibt dir im gegenzug nichts sondern du spürst du einfach wieder oder findet mich jemand interessant oder mensch da kriege ich eine aufmerksamkeit das ist nicht ausreichend ja weil du gibst in dem moment nur es ist nicht ausreichend sich zu fühlen dass du eine aufmerksamkeit bekommst oder endlich auch mal auf andere gedanken kommst es reicht immer nur für einen zyklus ja und diesen zyklus hast du hier zumindest beendet und erkannt es geht hier in die erweiterung alles was davor war interessiert dich nicht mehr aber du musst eben auch auf die menschen aufpassen die immer wieder rein wollen zu dir und sich mit deinem oder sich erlauben urteile über dich zu bilden ja wie du rumzulaufen hast wie du zu sein hast wie du zu reden hast shut up und geh einfach ja wirklich es muss radikal passieren shut up geh einfach zurück wo du herkommst belehre mich nicht belehre deinen zyklus belehre deine menschen belehre deinen kreis aber dich nicht ja sowas merkt man an einer forschen art sowas merkt man an einer aufdringlichen art sowas merkt man auch besonders bei menschen die einen noch nicht kennen und sofort deine besten freunde sind ich fühle genau wie du ich bin eigentlich genau wie du bullshit ja kann gar nicht sein man kann eine ergänzung oder eine gemeinsamkeit feststellen aber lass dich nicht von menschen die dir angeblich nur helfen wollen und immer wieder das schlechte dir vor die füße werfen so besser wäre so und mach mal lieber so und kapier doch mal raff doch mal in deiner birne ja geh in deinen kreis und kümmere dich um dein glück ja wenn du glück hast dann wirst du das glück leben und ich nicht mit menschen umgeben wo du angeblich nur schlechte sachen siehst also da ist so da merkte sofort die menschen die die wollen von ihrem pech ablenken und dir gleichzeitig aber auch das pech vor die füße packen ja und ich darauf aufmerksam machen damit sie damit nichts zu tun haben also da auch immer so ein aufpassen gute menschen die lassen dich einfach in den entscheidungen machen was du für richtig hältst gute menschen fördern dich ob sie es gut finden oder nicht ja fragen dich wie kann man dir helfen respektieren akzeptieren deine meinung tolerieren deine meinung müssen es nicht für gut finden das ist dann auch nicht ein giftiger mensch aber sie sind trotzdem an deiner seite und legen dir nicht immer den teller mit der grütze vor ja da aufpassen in der zukunft oder auch wenn du mit menschen noch zu tun hast wo du dir selber vorstellen kannst geh in deine scheinwelt zurück räumen bei dir auf räume nicht bei dir auf als zuschauer wir haben hier nämlich die blockaden ja es kann sein dass du hier mit sehr vielen menschen immer wieder zusammen knallt oder ihr euch einen gleichen parkplatz sucht so nach dem motto wo ihr verweilt und ihr habt beide blockaden und wollt von diesen abstand haben ja währenddessen kann es auch sein dass du dich um andere schwierigkeiten kümmerst als um deine eigenen weil diese menschen ja dann in dem moment auf dich zutreffen und du diesen abstand nicht gefunden hast zu sehen warum zeigte dieser mensch deine schlechten seiten auf ja warum merkst du wo die tiefsitzenden wundpunkte sitzen ja das schafft ja nur ein mensch der wirklich auch selbst mit wunden punkten zu tun hat ein mensch der wirklich komplett in seiner selbstteilung ist oder sich selbst liebt da wird dir eigentlich immer zu 80 prozent mehr dieses gefühl geben von du freust dich auf jemand ja da hebt dich jemand hoch da gibt es keine schwierigkeiten du weißt du könntest dort ankommen wenn du probleme hast aber im generellen wenn sich zwei menschen finden wo der eine wirklich eine selbstliebe hat dann wirst du dort auch zu 80 prozent mehr glück und freude erfahren statt immer nur diese schwere energie ja man merkt und spürt oftmals auch bei den menschen einfach nur schwere ja und wir haben ja ach der ach der schwerter ach der schwerter ich weiß nicht warum ich schwerter und stäbe ich muss hier eine bremse in kopf kriegen das ist zu viel für meinen kopf ach der schwerter mit dem blockaden such dir nicht mehr leute aus die selbst blockiert sind ich meine aussuchen sowieso schon gar nicht ja aber gucke natürlich auch auf deine situation wie weit bist du in der selbstliebe und solange du mit dir selbst noch problemchen hast würde ich mir gar keine neuen menschen wenn ich ehrlich bin suchen ja die werden auf dich zu kommen du wirst es fühlen aber erzwinge das vielleicht in so einem zyklus nicht in der erweiterung ja sonst sitzt du schneller wieder in der vergangenheit drin als du möchtest und du willst ja vorwärts kommen und wir haben ja auch mit dem gericht die vergangenheit zu sehen einem abstand von menschen die du kennenlernst die du trotzdem gerne hast aber die gerade selbst in so einer energie schwingen wo du mal warst oder wo du selbst noch drin bist es tut mir leid aber finger weg ja ich kann euch das ja nur so mitteilen wie es natürlich aus meinen erfahrungen ist wie ich das fühle ihr müsst es nicht annehmen aber es ist nicht es passt einfach nicht ja wenn jeder mit blockaden hier rumläuft weil du schneller wieder in der vergangenheit landest weil du wieder gebraucht wirst und du solltest dich eher auf den fokus nach vorne fokussieren ja oder konzentrieren alles mit der vergangenheit ablösen auch wenn du mit blockaden zu tun hast wünsche dir nicht menschen die dir in diesem moment zur seite stehen das ist deine aufgabe ja das können menschen nicht bewerkstelligen es kann auch nicht einfach ein mensch reinkommen der sagt komm ich nehme dir deine negativen energien ab mach nichts ja da kommt dann wieder enttäuschung das ist dann wieder nur ein prozess des ablenkens wenn du blockaden spürst räum sie für dich selbst auf du bist der mittendrin scheinbar hier in der erweiterung schmeiße deine alten prinzipien über bord weil du ja gemerkt hast offensichtlich durch mehrere phasen und mit mehreren menschen wiederholt sich ja ständig was hast du verloren was worauf kannst du verzichten aber menschen die sich beide mit blockaden treffen die werden sich auch wieder neue blockaden aufbauen und die alten bleiben einfach unbehandelt ja und deswegen würde ich hier sagen kümmere dich wirklich um dich jetzt erst mal es sei denn hier kommen menschen rein wo du wirklich erkennst diese menschen geben dir durch ihre selbstliebe wirklich das gefühl dass es zu schaffen ist die tun dir gut an deiner seite ja du erwartest von diesen menschen aber nicht wirklich etwas sondern die tun dir einfach gut mit der energie du merkst sie wollen auch von dir nichts besonderes erfüllt bekommen haben sie sind einfach da weil sie echt sind und weil sie natürlich auch von dir wieder etwas wunderbares bekommen ja aber das muss so gemäßigt bleiben dass dafür sich auch nicht überschlagen weil sonst könnte es wirklich wieder sein mensch ich komme mir so vor als würde ich schon wieder menschen treffen die ich aus meiner vergangenheit die ganze zeit schon hatte er warum bin ich denn ständig in so einen kreisen warum habe ich denn immer wieder mit gleichen kopien zu tun so nach dem motto wie auch immer wir haben hier fünf der kälte emotion würde ich für diesen zeitpunkt ganz abstellen wenn es passt es ist hier gerade nicht brauchbar für euch die hier einschalten für blockaden hier noch emotionen zu investieren die blockaden müssen hier fast sehr logisch gelöst werden ja die blockaden haben hier von dem was hier liegt mit dem emotionalen überhaupt nichts zu tun ja das sind hier nur noch blockaden die logisch gelöst werden müssten mit kleineren taktiken von dir selbst damit du hier wieder rein kommst aber es hat hier nichts mit emotionalen es könnten emotionale blockaden sein aber du solltest dir deine emotionen für die blockaden nicht verschwenden hier geht es mehr um den kopf wer wie bewerkstellige ich was vielleicht sind das auch die prinzipien die du hier mit der erweiterung in deinem neuen zyklus über bord werfen kannst und merkst es bringt ja nichts dass du nur leidest ja mit dem blockaden es bringt ja nichts dass du täglich über dein leid sprichst oder schreibst es muss ja mal ein wechsel stattfinden hier muss eine logik rein ja hier ist mit fünf der kälte wirklich jetzt moment mal da haben emotionen gerade momentan nichts zu suchen diese blockaden müssen durch den kopf gelöst werden mit sehr viel strategie mit sehr viel taktik die zu deinen lösungen führt ja nicht dass du hier irgendwie ein manipulator wirst oder so überhaupt nicht aber es geht jetzt hier um den kopf um das verständnis es geht viel mehr um das verständnis als das was du fühlst weil das gefühl wird sich erst abschalten wenn du hier die blockaden abgelöst hast ja das gefühl wird auch ewig für dich bleiben aber hier ist es wichtig um diese sachen über bord zu werfen dass du die emotionen nicht mehr so nah für deine blockaden benutzt weil das ergibt kein ergebnis ja du brauchst du wirklich jetzt einen strategischen kopf einen realistischen kopf würde ich fast sagen und es muss jetzt hier eine lösung gearbeitet werden wie du hier rauskommst um die letzten blockaden wirklich hinter dir liegen zu lassen in der vergangenheit einfach zu lassen aufzuarbeiten und die erweiterung hier annehmen zu dürfen ich gehe mal weiter in den kopf das gilt übrigens auch für menschen die du hier rein lässt neu ja das ist das gleiche prinzip lasse menschen nicht rein die die emotional die blockaden wieder erklären wollen sondern konzentriere dich in dieser legung lieber auf menschen die wirklich mit lösungs vorschlägen kommen wurde sofort ein aha moment merkst und und dir sagst so mensch könnte ich ja mal probieren das klingt gut ja da bekommst du lösungen da wird dir etwas bewusst diese bewusstheit spielt eine ganz große rolle und entfernt dich von menschen die hier dich sehr emotional halten und walten wollen weil das ist manchmal auch sehr gefährlicher wenn du mit menschen zu tun hast weiß ich nicht ja es gibt menschen die sind auf irgendwelchen substanzen ton da auf irgendeiner sprache wo wo du gar nicht hinkommst bieten die vielleicht irgendwelche schritte an probier mal auch dann siehst du da auch detaille licht nimm dich vor so einen menschen in acht die reinkommen und die blockaden mit sehr viel emotionen bei dir lösen wollen ja das sind ja deine blockaden in dem moment und die sind nur strategisch logisch lösbar zumindest hier ja also was ich dir sagen will du brauchst dir keinen der wieder die ganze zeit so sich reinschleicht und sagt mensch ja kenne ich mensch ja ist mir auch passiert dieses miteinander zusammen verzweifeln und heulen ja über andere menschen bringt dich hier in diesem prozess nicht weiter kann vielleicht in anderen momenten schön sein liegt mir aber hier gerade nicht vor in dieser energie brauchst du wirklich einen starken menschen wo du wirklich merkst das ist das was dir hilft du brauchst jetzt gar nicht dieses verständnis warum du leidest und dass man es verstehen könnte und dass man ja auch schon in so einer situation war hier bringt dich nur das logische mindset das verständnis vorwärts für dich selbst ja alles was mit emotionen zu tun hat könnte hier leicht wieder in diese manipulation reinrutschen sind so sätze wie ich tue dir das nie an bei mir brauchst du keine angst haben ich werde dich nie verlassen oh hört mir auf warum bringt man so einen satz ja der satz alleine schon ich werde dich nie verlassen entweder weiß man das für sich selbst und zeigt das aber so ein blöd gequatsche ja das muss man doch nicht noch als werbeplakat irgendwo ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nie verlassen sind genau die die dich irgendwann die dich irgendwann verlassen weil sie sich selbst in dem moment einen Halt geben und merken die sind tiefer drin als du ja also die die das von sich geben stecken tiefer in der scheiße als du selbst um es mal ganz genau zu sagen das ist wie so eine erinnerung ja wie so ein oh jetzt bin ich gerade fest mit dir aber das ist nur ein moment der prozess und die entwicklung zeigt die phase und deswegen es hört sich gerade wirklich radikal an aber ja von der legung her vereine dich jetzt nicht mit menschen wo zu viele emotionen im spiel sind ja du brauchst hier menschen die dich wirklich im kopf und im verständnis weiterheben ja zum beispiel mit dem ass der schwerter das ist so eine sache ja die dir klare ansagen geben wo du auch klare sachen verstehst du musst nicht fragen du musst nicht hinterher betteln wie war was gemeint was heißt das was soll ich machen sondern du verstehst einfach diese gedanken ja und du kannst dein mindset damit öffnen und auch für sehr ja wie sagt man dieses mindset trägt dich ja hier hat schon emotionen gar keine platz mehr äh gar keinen platz mehr dieses mindset trägt dich das sind klare botschaften wo dir die menschen gerade momentan in deinem kreis gut tun klare botschaften mit ass der schwerter ohne wenn und aber ohne emotionales verstrickungs äh gedöns man manche menschen wollen dich auch leiden sehen ja und tasten sich deswegen mit emotionen bei dir ran bleibe hier klar in deinem kopf verstehe auch für diesen zyklus gibt es die blockadenlösung nur wenn du in deinem kopf bleibst und nicht damit denkst ja mit deinem herzen das habe ich den einen tag eigentlich mich auch gefragt wo ich diesen fleck hier hatte da habe ich doch gesagt ich habe durch diesen fleck mein herz nicht am rechten fleck was ist denn das für ein spruch mein herz sitzt doch links also natürlich fast mittig aber jedes herz sitzt doch links was hat denn der spruch mein herz sitzt oder dein herz sitzt auf dem rechten fleck damit ist nicht rechts oder links gemeint aber mir ist es so eingefallen ist ja eigentlich voll humbug ja dein herz sitzt am rechten fleck du hast du hast dein herz am rechten fleck nee wenn du ein herz hast sitzt es links klug scheiße das ist schon wieder so ja kam mir gerade so rein also da habe ich überlegt so hä was stimmt denn da nicht da der spruch ist doch einfach schon oder ist das eine aussprache vom alten äh vom vom altdeutsch ja du hast das herz am rechten fleck was ist das für eine aussage oder so nach nach rechten rechtsordnung ach so die rechte schaffen herz am rechten fleck naja egal auf jeden fall bleib hier in deiner mentalen bewusstseinsstruktur nenne ich es fast ja das ist ja wirklich eine struktur eine erweiterung eine erweiterung hier ein bisschen deine gefühle abzuschalten ansonsten bleibst du ewig in der vergangenheit und entferne in anführungsstrichen nicht entferne aber schieb jetzt erstmal die leute ab die selbst blockaden und emotionale probleme haben weil sie sich bei dir ablenken wollen ja du wirst da irgendwann was merken oh die leute die sind ja ekelhaft ja die wollen ja wirklich nur von dir die greifen ja schon die haben ja so eine übergriffigkeit die du einfach nicht mehr bedienen kannst wo du dir denkst sag mal hast du hast du eine Hacke auf den Kopf bekommen was willst du von mir ja woher die berechtigung warum will man so eindringen ja mit welchem grund muss ich für dich da sein das ist so dieses ganze ja und natürlich habt ihr dann auch menschen für die wollt ihr unbedingt da sein aber darum geht es nicht es geht hier darum rein deine blockaden zu lösen um deine Bewusstheit hier zu öffnen und wenn du hier in der Erweiterung drin bist wirst du diesen Zyklus einfach genau merken umgib dich jetzt nicht mit Menschen die dich emotional hier halten und fangen wollen und dich verdrehen mit ihren Vorschlägen mit ihren Beratungsgesprächen ja weil die oftmals selbst im Schatten sitzen und du wirst merken wenn dich das nicht vorwärts bringt dann sind das eben Strukturen die vielleicht auch unbewusst bei dir was versauen wollen die das vielleicht auch gar nicht merken was sie dir erzählen ja und du sinkst noch mehr in der Emotionalität ab und wirst immer trauriger immer kleiner ja es muss ja einfach in Ass der Schwerte rein wir haben im Herzen sechs der Stäbe eine wunderbare Karte vorwärts geht's rein ja du wirst da für dich selbst wissen was du mit deinem Herz fühlen möchtest wir haben hier zu hohen Ehren kommen die Siegeskarte sechs der Stäbe die Arbeit die sich lohnt ja am Ende des Tages weißt du doch selbst was du fühlen möchtest und vor allen Dingen wann du fühlen möchtest und das ist ja hier immer so die Tücke wenn zu viele verschiedene Menschen dir Tipps geben oder du zu viele Denkweisen hast wo du schon gar nicht mehr durchblickst dann wird sich der Weg natürlich verzögern und du weißt selbst manchmal gar nicht mehr warum liebst du das warum fühlst du dich zu den Menschen hingezogen warum bist du so was passiert mit dir bist du schlecht bist du gut ja das sind so alles Prozesse letzten Endes konzentrierst du dich hier auf deinen Weg dein Herz ist hier in der absoluten Arbeit drin es soll ankommen es darf ankommen du wirst auch immer mehr bewusster auf was es ankommt was du lieben oder fühlen möchtest oh ja die Zeit des Abhängigkeitsprozesses ist vorbei also hier hast du Phasen kennengelernt vom Gehengten und dem Teufel Versuchung zu widerstehen du weißt was dich hier zum Menschen zieht du weißt ganz genau welcher Typ Mensch es ist der dich halten kann der dich hält das sind komischerweise immer Menschen die selbst irgendwie nicht weiter wissen im Leben das ist ja ganz traurig also es muss jetzt natürlich passen aber hier liegen Menschen drin die du kennengelernt hast die selber nicht wussten wie sie vorwärts kommen und genau das ist der Kreis den ich meine die holst du dir rein und willst durch diese Menschen glücklich sein die sich eigentlich nur von deiner Energie in dem Moment bedienen damit sie wieder aufrecht stehen können und sozusagen habt ihr mit eurer negativen Abhängigkeit zueinander oder zu den Spiegeln zu den jeweiligen Sachen die ihr euch aufgezeigt habt eigentlich auch verschaukelt und es war nur noch eine Frage der Zeit wie lange das hält weil irgendwann reißt der Faden irgendwann kannst du sagen entweder platzt mir jetzt die Birne vor lauter Blut oder ich stehe auf und gehe und das wäre bei sechs der Stäbe der Fall ja mach dich hier nicht mehr abhängig von Menschen die selber mit ihrem Leid in dein Leben kommen und du fühlst Liebe weil du helfen darfst du kannst Liebe spüren wenn man dir hilft und wenn man selbst glücklich ist ja oder wenn man dir das Gefühl gibt man liebt aus dem Teufelskreis raus ja wirst du schaffen du kommst aus dem Teufelskreis wenn du hier deinen Kopf deinen Motor anmachst und dein Köpfchen auch benutzt wir haben vier der Kälte lass laufen ja lass einfach laufen bei vier der Kälte brauchst du nicht mehr warum ich ich hätte das doch aber gerne all dieses emotionale Gedöns ich sag's mal jetzt wirklich sehr hart passt hier in deinem Erweiterungsprozess momentan nicht rein es heißt nicht dass du keine Gefühle mehr besitzen sollst oder Mitleid oder Mitgefühl oder wie auch immer darum geht's gar nicht aber das was du das ist so eine Karte wie so typischerweise wenn man es nicht mehr hat weint man diesem nach wenn man es aber hat dann weint man den Prozessen nach weil es auch nicht schön ist also es ist dieses hätte ich es wäre es aber auch nicht schön aber dadurch dass ich es nicht habe ist ja ist ja dein Mindset blockiert ja du weißt ja auch gar nicht mehr was passiert denn gerade was machen die anderen Menschen ohne dich da musst du gar nicht hindenken ja was machen die anderen Menschen ohne dich die haben sich neue Menschen gesucht wenn es hier so starke krasse Prozesse waren die haben sich neue Menschen gesucht die sich gegenseitig ihr Leid ausschütten und sich sieben Tage die Woche erzählen wie scheiße die Welt ist ja lohnt sich das noch und alles traurig alles schwarz alles kacke ey ein Tag mit so einem Menschen ich halte es nicht aus ja aus Überzeugung ein Tag mit so einem Menschen und da waren auch schon viele Menschen bei die ich radikal aussortiert habe das sind so eine Gefühle ja weil du kannst als Mensch der sich selbst liebt in dem Moment nicht in der Energie bestehen wenn Menschen wirklich versuchen oder das nicht merken das können die Unbewussten sein die dich damit runterziehen ja wo du dir denkst so ey wo ist denn deine Dankbarkeit hin du undankbares Stück Scheiße Entschuldigung ja das gibt wirklich Leute die sind so undankbar und das ist so die Linie trauer doch nicht mehr dem mit daher was du nicht hast denn wenn du es hättest wäre es doch genauso Scheiße ja einfach mal nachdenken wenn du diesen Menschen jetzt wieder zu dir holen könntest oder diese Menschen die du vermisst wenn ihr diese Energie gestoppt habt und ihr habt keine Einigung gefunden dann werdet ihr wieder in diesem Prozess drin da wo es gestoppt ist ja oder da wo es aufgehört hat bevor es zum Knall oder bevor es zur Trennung kam ihr werdet genau wieder dort drin man kann es nicht einfach wegdenken und sagen ach Schwamm drüber komm lass uns weitermachen wie bisher das wisst ihr funktioniert nicht ja deswegen musst du hier deinen Kopf einschalten wenn es hochkommt es liegt ziemlich weit hinten im Herz muss ich sagen wenn es aber überhaupt nochmal hochkommt dann frage dich immer wem oder was weinst du hier hinterher ja oder warum konzentrierst du dich nicht auf die Dinge die du besitzt warum ist es immer noch so dieses ich wüsste gerne ich hätte aber gerne ja du musst mit dir jetzt hier eins werden du musst dich auf dich selbst konzentrieren weil du musst du die wichtigste Person jetzt gerade sein in diesem Prozess um diese Erweiterung anzunehmen all das wird nicht besser laufen als bei dir wenn du mit so einem Menschen Kontakt hattest guck sie dir zwei drei Jahre später an die sitzen immer noch da und verschaukeln sich die Hucke ja oder erzählen anderen wie toll es denen geht es ist einfach sollen diese Menschen ja machen aber es gibt ja einen bestimmten Grund warum ihr nicht zusammen gepasst habt ja und das ist es eben stärke dich hier selbst alleine in diesem Prozess dass du hier mit deinem Herzen weißt wo du hingehörst umgib dich mit Menschen die dir das Gefühl geben egal ob mit Fehler oder mit den besten Seiten deiner Version du bist gut so du fühlst dass du einen richtigen Platz bekommst wo du gut aufgehoben bist aber alles andere was du hier bisher gelebt hast mit so Menschen war zu emotional ja du hast nicht richtig mitgedacht das Denken ausgeschaltet und das hat nichts mit übersensibel oder zu emotional zu tun ich kann so eine Pisse Entschuldigung ey aber du bist zu überemotional und nur der ist hochsensibel ey bei aller Liebe wenn man das weiß ja dann muss man auch an diesem Konstrukt arbeiten aber normale Menschen sind für mich mit den gleichen Gefühlen ausgestattet für sich selbst ja und Liebe wie gesagt ist ich würde da gar keine Unterschiede machen ja Liebe ist ich kann es auch fast gar nicht beschreiben aber wenn ihr die Liebe die ihr für euch fühlt nicht bei dem gegenüber fühlt und auch nicht wenn ihr Kontakt habt fühlt und ihr da noch raten müsst werde ich geliebt ist man eigentlich stolz auf mich muss man stolz auf dich sein dann würde ich diese Leute es ist einfach nicht für dich bestimmt ja welchen Nutzen zieht man da immer um Menschen zu halten ja du musst nicht um jeden Preis eine Freundschaft eine Familie oder eine Beziehung halten wenn du merkst was soll sich denn da ändern ja es waren so viele Prozesse schon das ist einfach nicht deine Welt und du bist nicht der Motor dafür dafür zu sorgen dass dein Gegenüber es in deiner Gegenwart aushält wenn man schon meckert über dich oder wie auch immer das ist nicht deine Aufgabe dein Gegenüber hat genauso dafür zu sorgen dass du liebevoll aushaltbar bist mit den Schatten und Licht Themen du andersrum musstest genauso akzeptieren ja und deswegen ist hier wirklich sehr viel mentales heute dein Herz sagt dir wo du hin musst dein Herz sagt dir durch die Erweiterung und durch diesen neuen Zyklus dadurch dass du die Prinzipien auch wirklich über Bord geworfen hast deine Alten es gibt für dich hier keine Prinzipien mehr du lässt dich hier wirklich leiten aber so dass du wirklich alles logisch verstehst sofort fühlst und nicht mit mal gucken mal sehen ja könnte man verzeihen wenn es zu hart ist dann wirst du das für dich selbst merken weil du bist hier so der Anführer für deine emotionale Linie gerade wer dir weh tut der hat in deinem Leben nichts verloren lässt du dir weh tun dann ist es dein Problem ja wir haben in der Tendenz Ast der Stäbe hier kommt auch wieder so diese neue Fahrt rein ja diese Leidenschaft dieses was Schönes oder was gibt es Schönes für dich im Leben was wartet was wartet hier auf dich Leidenschaft Passion eine Freude Glücksgefühle eine Lebensenergie die hier nochmal auf Hochtouren angekurbelt wird das ist wie so ein ja könnte man sagen du empfängst die Leidenschaft ganz anders und bei anderen Sachen als wie bisher du erhältst hier die wahre Leidenschaft vielleicht sogar in der Zukunft oder Tendenz ja du fängst ja auch wieder mit Bube der Münzen an ja diese Leichtigkeit warum nicht ich muss nicht in alten Mustern hängen bleiben meine alten Prinzipien oder die Prinzipien die ich hatte sind ständig Regeln mit denen du nicht klarkommst also nimmst du hier vielleicht die Energie Liebe an wir lassen uns führen wir probieren uns einfach durch und es kann gut sein dass daraus das Schönste wächst weil du selbst die Anforderungen runterschraubst ja weil du dich führen lässt weil du neue Sachen ausprobierst und nicht das ganze große Komplette erwartest und demnach auch nicht so schnell in dem großen Kompletten bei Menschen drin sitzt und es schwer hast dich dann wieder zu trennen das ist so ich taste mich an und werde sehen was kommt so dass du immer wieder die Möglichkeit hast sollte nichts wachsen in der emotionalen Führung oder in deiner Linie dass du immer wieder das Gefühl hast okay es war eine schöne Zeit aber irgendwie da fehlt so der Sprung ja es fehlt einfach der Sprung es ist ja nicht schlimm aber du möchtest ja etwas erweitern was für dich hier einen Sinn ergibt oder Sinn macht du willst einfach nicht mehr nach Gesetzen Prinzipien anderer ich sag bewusst anderer leben es kommt hier eine Probierphase es kann sein dass du zwei drei Dates mit verschiedenen Menschen hast es kann sein dass du hier die Sachen total mit anderen Augen siehst dass du wirklich nichts mehr so schlimm empfindest wie es mal vor ein paar Jahren war und dir denkst mein Gott das passiert in den besten Familien das passiert bei den Menschen die komischerweise gut klarkommen in ihrem Leben ja und du merkst so einen gewissen Mensch das ist wahrscheinlich normal das darf sein du bist nicht gezwungen mit den Menschen die dir an die Seite gestellt wurden unbedingt den Weg deines Lebens zu laufen du bist auch nicht als Mensch hier geboren um dauerhaft verpflichtend für andere Menschen zu sein wir haben hier sieben der Kälte ja bevor der Schein trügt mit Bube der Münzen kannst du dich hier schön entziehen sobald du merkst auch das war wieder nur Schein zum Sein lerne doch mehrere Menschen kennen ja aber in einer etwas antastbaren Energie und nicht hey ich bin deins hey ich erzähle dir in 5 Minuten mein ganzes Leben und du kennst auch meine PIN von meiner Bankkarte schon weil ich dir vertraue das ist so dieses teste tob dich aus nimm leichte Energien wahr bevor es hier wieder zum Einbruch kommt was war denn hier wieder nur Schein zum Sein du hast dich hier selbst in deinen Gefühlen vielleicht auch oftmals verrannt hast es vielleicht entstehen lassen zu einer Liebe aber vielleicht war es von deiner Seite nicht mal Liebe sondern es wurde durch die schwierigen Prozesse ein Klumpen des Gefühls uns prägt etwas aber das hat nicht mit Liebe zu tun uns haben schwierige Phasen geprägt schwierige Phasen geprägt das heißt aber nicht das war die Liebe das ist vielleicht der Zusammenhalt dass ihr beide stolz sein könnt dass ihr das durchgezogen habt aber eine Schwierigkeit also eine Liebe unter nur ständigen Schwierigkeiten zu lieben wo nichts frei ist wo du wirklich nur Hürden bekommst ja also klar wenn man irgendwann mal Sonne sieht ist das ganz schön aber das sollte nicht ein Dauerzustand über Jahre werden dass du dich jedes Mal fragst wann werde ich hier eigentlich erlöst wann kommt hier eigentlich wann kommt dann hier das was wir verdient haben hier ist ja wirklich nur arbeiten um zusammen zu überleben arbeiten um zu überstehen und das ist nicht das wofür du lebst ja wenn du resonierst hier kommt eine Entscheidung für dich rein die decken war mal auf hier kommt eine Entscheidung für dich für dich rein wo geht es denn hin mit deiner Entscheidung vielleicht kannst du rückwirkend gucken wir haben hier neun der Stäbe und wir haben die Herrscherin hier wird ein Mutterproblem für dich gelöst oder du stellst auch fest pass mal auf ihr könnt mich mal am Zückerli und die Mutter die kannst du woanders suchen oder generell wenn ihr als Mann zuguckt ich bin hier nicht der Mensch der nur für dich hier die Arme offen hält und ich bin auch nicht der Mensch der dich hier ständig trägt wenn er selbst nichts mehr hat du hörst auf mit dieser Mutter Energie du bist ein erwachsener Mensch könnten so Worte sein die sich hier verändern du hast hier verstanden du bist hier nicht in dem Verpflichtungsprozess oder in einem Verpflichtungsleben gelandet wo du nichts mehr zurück bekommst und dir selbst mit neuner Stäbe nur schadest du bist hier nämlich nur am Laufen am Ackern immer weniger Akku hier brennt wirklich einfach nur noch Hochtouren weg körperliche Erschwerung oder du merkst auch dass du energetisch hier total abgebrannt bist alle Mutterthemen alle Heilthemen alle ich hab da so Mitleid und der Arme und die Arme und ja kann nichts für und hier und da und hopsassa das sind so die Prinzipien von das kann ich doch nicht machen ich werde doch immer angesehen als der anständige Person äh was willst du ja was leben die Menschen die mit dem Finger auf dich zeigen denn für dich das ist ja schon mal die Frage Nummer eins was geben dir die Menschen die mit dem Finger auf dich zeigen für dich gerade wenn sie verschwunden sind oder äh wenn ihr zum Beispiel im Dorf lebt ja was machen die Menschen für dich lass sie tuscheln lass sie reden ist doch interessant ja womit störst du was wollen sie bezwecken ist eher die Frage im logischen Teil hier wieder mit Ast der Schwerter warum machen das die Menschen weil sie dich bewundern weil du wahrscheinlich öfter mal die Sprünge gewagt hast weil du ein Mensch bist der hier merkt ey sorry aber ist nichts für mich ja ich will leben es sind vielleicht auch wirklich frustrierte Ehen oder Partner oder ich hab ja auch schon durch die Legung gehört auf dem Dorf da bumsen sich ja fast alle untereinander also sorry aber ähm es ist komisch vielleicht fällt es in der Stadt nicht so auf weil die Chance natürlich geringer ist aber im Dorf da würde ich sagen äh da fehlt wirklich nur noch wer weiß denn von wem nichts ja also wäre es nicht so ekelhaft traurig dann könnte man drüber lachen aber im Dorf weiß ich nicht gerade die Lauten sind glaube ich wie wir alle wissen immer die die mehr im Keller haben und davon denken abzulenken ja aber es ist einfach leider so ja es vermischen sich da Menschen und genau diese brauchst du nicht mehr beachten oder tragen Menschen die glücklich mit sich sind werden nicht mit dem Finger auf dich zeigen und werden dich dein Leben leben lassen weil sie in Glückseligkeit selbst mit ihrem Leben beschäftigt sind die wollen auch gar nichts mit dir in dem Moment zu tun haben ja die fragt euch das mal wenn du glücklich bist hast du du hast keinen Grund andere Leute in deinen Kreis zu holen weil du mit deinen Menschen glücklich bist du brauchst weder neuen Menschen weil du dich einsam fühlst du brauchst auch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen du brauchst auch nicht anfangen irgendwas zu belästern oder erfinden weil du in deinem Glückseligkreis glücklich bist ja das passiert gar nicht dass man dann auf so eine Menschen trifft die dann einfach so in dein Leben reinkommen und wo du dir denkst so ach Mensch schön du kommst ja zur richtigen Zeit oftmals ist es wirklich ach scheiße zur falschen Zeit und da müsst ihr so da müsst ihr so ein bisschen aufpassen ja also alle Mutterthemen auch wenn ihr als Mann zuguckt Weichheit ablegen ja wahrscheinlich zu lange ausgenutzt zu lange weich gewesen vielleicht auch gedacht das wären die schönen Seiten die eine Frau vielleicht braucht kommt drauf an ja aber dafür hat man eigentlich seine Eltern und wenn diese Eltern nicht da waren hat man Elternproblem das heißt in der Liebe will man nicht unbedingt Vater und Mutter ersetzt bekommen ja und auch leider Gottes durch diese Problematiken spiegelt sich das dann immer wieder ja aber dann muss man hier wirklich auch logisch das wäre dann eine Erweiterung Prinzipien über Bord werfen egal wie schlimm meine Kindheit jetzt war ich weiß doch selbst als Mensch was ich möchte und wenn es sich wiederholt dann muss ich mir selber vielleicht die Frage stellen was mache ich falsch wenn es sich wiederholt und du meinst bei dir ist alles richtig dann muss man sich die Frage stellen was für Menschen ziehe ich denn immer an kommen die zu mir suche ich die bewusst was müssen die haben aufhören mit der heiler Rolle du brauchst Menschen die glückselig sind darauf kommt es für jeden Menschen an das ist jetzt keine Sonderheit so zu guter Letzt haben wir hier die Mäßigkeit und den neuen Weg mit der Schützeenergie und rein geht es ins Vergnügen mit deinem Neuanfang in Bewusstheit wo du dein Mindset also beziehungsweise deinen Geist und die Sinne so wie wir angefangen haben mit Expansion was war das ja mit deiner Erweiterung mit den Sinnen und dem Geist dass du das zusammenhältst ja und nicht nur die Sinne hier entscheiden und du den Geist ausschaltest nur nach Sinnen gehen dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag Kuchen futtern oder irgendwie Schnitzel essen mit Zitronen und Pommes du musst den Geist ja in die Mäßigkeit bringen alles in Mäßigung dein Neuanfang wartet hier das ist die Erweiterung das ist die Expansion das ist der Zyklus der hier kommt alte Prinzipien über Bord werfen dein Neuanfang ja hier liegt da drin ihr Lieben falls ihr an jemanden noch hängt ich werde eine Karte rausfliegen lassen oh ein blockt ja was hatten wir also das ist die Antwort von deinem Gegenüber würde jetzt auch zu dir passen aber es ist genau das ja hoch vielleicht auch mal B zeigen das ist so wie guten Tag ich bin geblobbt geblockt und dein Gegenüber stellt sich hier vor ey ich auch ich bin auch geblockt hey cool wir sind beide geblockt lass uns doch zusammen entblocken du kriegst meine Blocks und ich nehme deine Blockaden so darauf entsteht ein Blockhaus wo die Masse fehlt Blöcke kann man immer wieder zusammenstoßen und ihr habt trotzdem die Blöcke in einem zerstörten Haufen zu liegen ja also entblockieren die ganzen Prinzipien für mich wäre so ein Prinzip ein verheirateter Mensch oder eine verheiratete Frau kann ihre Ehe oder ihre Beziehung nicht über Bord werfen ist absolut unglücklich und ja wir sie einfach nur aus Prinzipien weiterleben ja und ich denke mir so oh komm herzlichen Glückwunsch also bei aller Liebe dass ihr zusammenhaltet aber da fehlt eben bei aller Liebe ja das ist wirklich nur noch Zusammenhalt und das muss dann jeder selbst für sich entscheiden kann man ohne Liebe überstehen oder wird man dann zu so einem Block geblockten Menschen der sich dann bei dir vielleicht die Energie holt um es dort auszuhalten wie immer ja trifft jetzt oder betrifft jetzt nur Ehen sondern so ist das es ist nichts Neues es ist auch nichts verwunderliches aber so läuft es ab und du möchtest ja nur etwas haben weil du es in dem Moment brauchst ja ich gehe einkaufen brauche ich unbedingt Haushaltsrollen ich kann doch auch ein Stoffhandtuch zum Beispiel über mein Dings legen was jetzt gerade liegt weil meine Haushaltsrollen alle sind da kann man sich auch die Hände abtrocknen zum Backbuschen kann ich einen Lappen nehmen instinktiv nennt man sehr oft Haushaltsrollen weil man schnell was verkippt aber wenn du den Geist anschmeißt und das war der Inhalt hier kann ich auch meine Prinzipien mal über Bord werfen und sagen ja aber das rausgeschmissenes Geld ist nicht gut für die Umwelt ich lasse einfach wenn ich beim Einkaufen meinen Geist anschalte und vielleicht auch nicht mit einem Hungergefühl einkaufen gehe brauche ich jetzt gerade gar nicht ich nehme einfach einen Lappen und zum Abtrocknen gibt es ein Handtuch was ich über diese sonst reingesteckte Haushaltsrolle rüberlege funktioniert auch weil ich mit dem Geist einkaufen gehe und mich nicht leiten lasse Mensch ich muss mir jetzt einen Einkauf gönnen war heute ein schwerer Tag ach komm nehmen wir den Kuchen das nehmen wir mit rein das nehmen wir mit rein es füllt mich wieder auf die Blockaden sind trotzdem da ja so es geht jetzt hier nicht um das Gönnen oder wie jeder das machen soll ja ich werde auch wieder Haushaltsrollen kaufen aber es gibt Tage wo ich mir denke so nö das geht jetzt gerade mal so ohne ja einfach nur mit Geist arbeiten war für heute die Legung falls man es nicht verstanden falls man es nicht verstanden hat aber ich will ja auch keinen hier umstimmen ihr habt Attraction Mask und Hot achtet auf die Anziehung die hier reinkommt den Kopf bitte anlassen wir haben raus aus der Komfortzone den südlichen Nordknoten den südlichen Nordknoten den südknoten den nordischen südknoten was habe ich denn davor gesagt den nordischen ach komm nordischen südknoten und was haben wir hier unten könnt ihr selbst lesen hier hinten steht ich habe es ja übersetzt Klammern Gewohnheiten aus der Kindheit lösen dafür steht der weil das wusste ich nicht mit dem südlichen mit dem südknoten mit dem nordischen hä was mache ich denn immer mit dem nordischen einfach nur südknoten südknoten warum sehe ich denn immer nordisch bin ich blöd also aus der Komfortzone hatten wir Prinzipien über Bord werfen es zählt hier der Südknoten ja und der Südknoten das musste ich mir raufschreiben so jetzt haben wir es wieder drin löst oftmals wirklich Sachen aus der Kindheit die mit dem Klammern in eurem jetzigen Leben zu tun haben so habe ich es rausgefunden ja weil ich wissen wollte wozu gibt es die Knoten und deswegen wahrscheinlich auch dieses Klammern hier unten das ergibt natürlich aus dem äh ergibt einen Sinn ja hier sind alle Kindheiten oder die Gewohnheiten die in dir als Kind noch gesteckt haben oder geprägt wurden dann haben wir hier raus aus den Komfortzonen das was wir hier sehr stark hatten und dann dieses Klammern dazu wir haben hier die Fassaden oder Masken generell und die Überzeugung die du die du hier durchziehen solltest und darfst und kannst weil du wurdest schon aus etlichen Prozessen hier überzeugt ja hier gibt es keine Fragen mehr wenn du dich hier fühlst deswegen kannst du es ja auch erlauben die Prinzipien einfach über Bord zu schmeißen und zu sagen mein Gott kommt doch eh immer anders als man denkt ja was sollst du hier emotional nach Regeln leben du musst jetzt für dich erstmal aufräumen und die Blockaden alle lösen und dann kannst du dich wieder leiten lassen mit dem Gefühl ihr Lieben auch hier ihr werdet es nur verstehen wenn ihr genau hier in der Energie drin seid ich habe Bock auf eine Symbolon Karte die das ganze Thema vielleicht beschreibt auch das ist ja schön die Zusammenkunft der Zusammenhalt mit der Waage und der Löwe Energie letzten Endes willst du das ja das bleibt dein Traum der Zusammenhalt mit den Menschen aber guck dir auch die Menschen an was ich davor gesagt habe passt einfach ja Menschen die glückselig sind meint ihr dieses Paar würde irgendwo mit dem Finger auf andere zeigen hä was machst denn du und oh Gott schäm dich und du musst doch mal so machen wie wir wollen die sind hier absolut angekommen glücklich und würden sich um andere Menschen Dreck scheren weil sie das akzeptieren und tolerieren die kümmern sich hier um ihre Zeit des Lebens und nicht um die andere nicht um andere Zeit oder um die anderen Menschen ja weil das nicht die Zeit dieses Zusammenhalts darstellt die nutzen hier jede Zeit ihres Lebens und nicht die Zeit von anderen Menschen und so Menschen würden auf euch zukommen und ihr würdet merken dass man das toleriert auch wenn es euch mal schlecht geht aber man würde nicht kommen mit oh 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 und ö und ö und ja wie bist denn du was machst denn du das sind alles verkrüppelte vergiftete Menschen die teilweise wirklich noch ein Problem haben überhaupt dort anzukommen weil die das ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr verstehen und deswegen hoffe ich immer dass hier sehr viele gesunde einschalten und ja sorry ich muss jetzt sagen anhand mancher Kommentare bis da selber haben wir Menschen unter uns die werden hier nicht hinkommen ja das weiß ich jetzt schon die werden sich die sind schon verbittert was auch immer mir tut es nicht leid mir kann es nicht leid tun weil ich keine emotionale Verbindung zu den Menschen habe aber das sind eben auch die Menschen die euch das Leben schwer machen wollen oder es probieren ja und da müsst ihr natürlich trotzdem mit dem Mindset rangehen und sagen ey du pass mal auf kümmer dich um deinen eigenen Scheiß ja bemängel nicht bei mir deine Frustration im Leben das ist das worauf es hier ankam in dieser Legung ja ihr Lieben und ihr wisst ja wo ihr hingehört ihr wollt einen Zusammenhalt wenn das nicht möglich ist dann eben die Selbstliebe erstmal und ihr werdet dorthin geführt wo ihr dann den Platz habt wahrscheinlich bleibt gesund danke fürs zugucken bis Sonntag oder Montag das ist die Samstag Legung tschüss ihr Lieben bin ich durcheinander gekommen